so hier bin ich wieder jetzt müsste eigentlich in ordnung sein keine ahnung warum sich das eigentlich habe ich nichts geändert oder verstellt muss ich noch mal kurz warten weil er hier wieder den stream lädt und dann können wir eigentlich anfangen mal kurz auf dem feedback warten vom chat aber ich glaube jetzt sieht es gut aus merkwürdig aber ist ja schnell gefixt man hat ja dann so seine millisekunden werte hat man dann schon so langsam im kopf sind wir so 750 millisekunden warum auch immer eigenschappt das hat man das nur bei der kolossos von hauptauge ich habe mich vor lauter schwätzen gar nicht aufgepasst der kommt jetzt auch hier runter muss ich mich beeilen ein bisschen nein ich idiot jetzt habe ich wieder diesen schneider benutzt aber kann sogar cancel darf nur nicht anfangen zu schneiden vielleicht alien tod ja schön wär's ich bin gleich tot da läuft er noch als hauptsache cpu hält und ich komme mal an dieser bescheidenen stelle hier vorbei gude gaming man ich hatte ja eigentlich schon ganz guten weg dass man einfach hier so durchläuft relativ schnell und da vorne an der ecke muss man dort einmal geradeaus hier gucken das ist ja laut hier das ist irgendwie nicht richtig aber da vorne ist es schon wieder oh man es ist schon wieder anders als das letzte mal ne sorry für den ton das ist wirklich hier steht dann manchmal eine hier steht dann manchmal eine kommt jetzt gehen wir es einfach gehen schneller darüber mir ist aufgefallen dass das alien immer hier hinten hin gelaufen kommt warum auch immer so hier ist der ton auf jeden fall schon mal ein bisschen besser besser abgemischt wie gesagt das ist die einzige stelle in dem spiel wo das bis jetzt so ein bisschen extrem war ich warte jetzt mal hier gutes alien alle wächter aufreffen genau so und hier war meine hass stelle weil jedes mal wenn ich angefangen habe dieses ding aufzuschneiden kam es dann egal wir machen jetzt nochmal wir müssen ja irgendwie hallo messe ja koch erstmal fertig und dann kannst du schön vorm rechner was essen schnell 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 hör doch auf lass doch erstmal die tür sein oh diese stelle ist so scheiße echt das gibt es doch nicht wahrscheinlich soll man da nicht durch wahrscheinlich soll man irgendwie da durch den großen Raum gehen ich probiere es glaube ich noch anders das kommen wir ja nie weiter schon 10 mal diese blöde stelle hier gespielt so er lädt ein bisschen dauert ein bisschen länger bei meiner alten mühle aber cpu scheint stabil zu laufen diesmal hoffentlich ich habe nochmal einen kühler ein bisschen versetzt dass der nochmal ein bisschen auf die spannungswandler bläst so was hatten wir als erstes gemacht ein medkit gebaut und dieses auch gleich genommen weil wir sonst direkt wenn uns einer von diesen wachmännern sieht und der uns dann direkt mit einem schuss tötet das wäre ja ärgerlich kommt man am alien vorbei und dann tötet sich dieser blöde wachmann kommt das jetzt davon da oben schon wieder hinterher direkt ne ja einmal war ich schon drin ne ja und dann hat mich das alien irgendwie durch diese wand geglitscht einfach weiter ist nicht man darf gar nicht nachdenken da kommt man wohl am besten dahin wie gesagt nur hier muss man einmal nach vorne gucken ob da nicht ein wachmann guckt und dann kommt da immer einer siehste wenn ich Glück habe ach geh doch zu dem wachmann wollte ich grad sagen wenn ich Glück habe das gibt es doch nicht vielleicht ja das ist echt eine schwere Kombo das ist die diese Kombination mit dem Alien und den Androiden das war auch eine kritische Stelle wenn man dann so auf beides achten muss eins von beiden kann man dann immer ganz gut noch in den Griff kriegen mit Flammenwerfer oder mit dem Geräuschemacher oder sowas der lädt ganz schön lang heute so halbes Stream nur am Laden wenn ich so oft sterbe so weiter geht's aber wir können die ganze Sache ja mal ein bisschen also noch langsamer angehen aber ich hab immer das Gefühl wenn man da hinter irgendeiner Ecke wartet dann kommt es erst recht angekrochen ja läuft schon seine Runden hier läuft schon seine Runden hier hm wir können aber nicht spawnen von diesen Geräuschen Geräuschmachern und so ne ahhh mal kurz gerannt aber hat's wohl nicht gehört jetzt warten wir hier mal oh da steht ja noch einer jawoll greif die mal so da drüben ist so da drüben ist dieser Serviceraum aber da ist nichts gehen wir auch in die falsche äh falsche Richtung könnte vielleicht wenn ich jetzt so ein Geräuschmacher hätte könnte ich den da so reinwerfen hm 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 was ist das was ist das da drüben wöhn oh da war ich noch gar nicht drin aha muss ich da lang ne ach so ach so da hätte ich jetzt quasi durch den anderen Raum lang gekonnt mal gucken vielleicht können wir hier noch irgendwie ein bisschen was einsammeln das Vieh scheint ja wohl jetzt aha vielleicht ist das hier der way to go haha ist natürlich noch ein bisschen besser ne guck mal da steht so eine moin troggle harvey ja das ist wieder dieser glitchausgang hier oder? ne das ist ein anderer das ist einer weiter vorne ja ja hmm hm hm m ja genau mach die alle nass bohm dann hab ich nämlich na das sieht geil aus wenn die da mit die kämpfen Vielleicht ist jetzt nur noch das Alien da. Das wäre auf jeden Fall schon mal Oh oh Ich trau mich nicht raus zu gehen Dann kommt es sowieso wieder Jetzt bin ich hier an so einer coolen Oh, ich lass mal das Ding aus, ne, für eine Weile Jetzt bin ich hier an so einer coolen Stelle grad Wenn ich jetzt wieder sterbe, dann muss ich wieder bis hierher kommen Denn hier können wir da raus Und dann könnten wir Durch den nächsten Lüftungsschacht da drüben gehen Scheinbar genau vor der sehr blöden Tür, oder? Das kann doch nicht wahr sein jetzt Mal gucken, ob der hier noch lebt Ist das ein Android? Ich trau mich nicht da raus zu gehen Scheiß drauf jetzt Go Ich glaub, die geht doch gar nicht direkt raus, oder? Ne Man kann sogar wieder zurück Was denn? Ah, das gibt's doch nicht Voll mit dem Flammenwerfer drauf Ich wusste das Was ist passiert Die Position war eigentlich schon wieder fast zu gut Verdammte Kacke Das gibt's doch nicht Das Spiel ist doch bestimmt bald vorbei, oder? Das ist doch jetzt wieder so ein Ähm Ah, am Ende wird's nochmal richtig schwer Die Leute haben ja alle gesagt So 20 Stunden Spielzeit Und 5 Stunden Story Ich hab jetzt so Schon über 20 auf meinem Steam-Konto Wobei ich halt auch viel getestet habe Wegen Aufnahme Und ja, hab's Spiel mal laufen lassen Und so Sachen Schwer zu sagen Letztes Mal beim vierten Teil Da kam ja schon jemand abends Noch kurz vor 11 Und hat gemeint Oh, schon am Ende Keine Ahnung, was da jetzt dran ist Oder wie Der nur trollen wollte 22 Hab ich Ja, der Iruka weiß das natürlich wieder Der Der stalkt nämlich immer unsere Steam-Konten Ey, bleck mich am Arsch, echt Du bist so ein Scheißvieh, echt Wenigstens noch in die Flucht geschlagen Das Spiel gefällt dir nicht Ja, manchmal gefällt mir das auch nicht Aber ich muss, ähm Das jetzt leider durchspielen Was kann ich nicht jetzt Ich wusste es So Der ist schon mal weg Da drüben im Raum ist doch jetzt noch einer Oder ist der schon draußen? Ab jetzt, ey Echt Kein Bock mehr Oh, ich muss mal nachladen Ist irgendwie schon wieder ein ganz neuer Weg jetzt hier Wo wir, äh Den wir jetzt hier nehmen Verdammt noch mal Die Stelle geht mir so auf den Nerv Aber CPU hält Das freut mich Lädt zwar ein bisschen lange Ist ein bisschen merkwürdig Lädt wirklich ein bisschen lange Ich weiß nicht, ob das jetzt an diesem einen Level da liegt Oder Merkwürdig Ah, man So Next try Das war eigentlich noch mal unsere Aufgabe Überwachungsraum Finden sie einen Weg zum Solomons Habit Oder was da steht Habitat Habitat Ja Jetzt ist er da unten schon wieder Echt ein Saufieh Ich weiß nicht, ob der hier untenrum so der Beste ist Aber ich hab keine Lust da reinzugehen Dann ballert mich eh wieder der Typ da an Und ich hab nicht so wirklich So ein Scheiß Was? Ein zweimal Pumpgun hab ich noch Aber das war's dann auch Da steht er jetzt immer noch Wieso kommst du denn zu mir jetzt mal wieder Wieso kommst du denn zu mir jetzt mal wieder? Einfach schnell jetzt Vielleicht kämpft das Elden noch mit den anderen zwei da Wahrscheinlich nicht Aber wir probieren Schneller Schneller Und jetzt kommt das Schlimmste Diese Animation von diesem Abnehmen hier Schneller Schneller Rein da So, das hat schon mal geklappt Rush B, ja Fast planned Jetzt hab ich aber kein Öl mehr für meinen Flammenwerfer Das ist ein bisschen So, gehen wir jetzt hier rechts rum raus Das ist vielleicht besser Einfach mal die Einfach mal erkunden Leise Das ist ein Spielgerät Lassen wir jetzt mal Oh, kommt da so eine Flasche aus dem Automat Da liegt doch noch eine Was hat der? Revolver Munition Eine Ich will dieser Spur hier hinterher gehen Aber das ist bestimmt nichts Pumpgun Munition Das ist gut Da ist noch Ethanol Jetzt kann ich doch für Dings gebrauchen Molotow, oder? Ethanol brauchen wir nicht für den Molotow Cocktail Das ist auch Granate Vielleicht können wir es mit der Rauchgranate lösen Hier ist noch Schrott Also hier geht es leider nicht weiter Guten Abend, Superfabi Ne, das ist doch jetzt schon wieder das gleiche hier, oder? Schmerzt einfach auf Scheiß drauf Irgendwann muss es doch klappen Geht zurück So, wir sind jetzt hier Das heißt, wir müssen jetzt Hier rechts raus Puh Gucken wir mal das Stockwerk Ich kann aber auch nichts bauen So in Sachen Geräuschemacher EMP-Mine Ja, aber die bringt ja nichts Hier sind ja keine Androiden mehr Stehe ich im Feuer Ich renne Auch nicht schlecht Oh, jetzt bin ich voll hibbelig Wenn ich Jetzt schon wieder sterbe Wieder rein Ey, wenn es jetzt hier reinguckt Flipp ich aus Hau ab, Mann Hau ab Also die Stelle, die war doch so gewollt, oder? Das ist das, was ich meinte Nach Am Anfang musste man gar nicht in die Dinge Man konnte zwar, aber man musste nicht Ich hab das auch so selten gemacht So, wo lang? Rechts Go, go, go Jetzt muss das doch mal klappen Bitte, bitte, bitte Oh, geil Da ist der Fahrstuhl Ah, Trigger Ja Ich hab die Kackstelle geschafft Ein Achievement Ja, danke Transmission Das war auch dringend nötig Geil Darauf brauchen wir ein bisschen Süßkram Ermöglichen Sie der Torrens das Andocken Na, liebend gerne Oh, da steht schon so einer Oh, geil Speichern Viel wichtiger als der Aufzug Jawoll Drum wieder herstellen Hier ist vielleicht am Ende dann der Ausgang Was? Ist das der Typ da auf dem Ding? Na ja, komm doch Ach, der sagt nur Hau ab und dann lässt er einen in Ruhe Oder was? Ich sehe Haha Haha Ach komm Er hat doch angefangen Ach, Mann, ey Vermeiden Sie Konflikte, ja? Liebend gerne Der Blödmann war's Kann ich mich jetzt? Tiefen sollten nicht einfach Töten Ich verstehe das nicht Das war vorhin aber nicht hier Ja, dann geht auch hin So, den Dummkopf haben wir schon mal ausgeschaltet Oder abgelenkt Na super, jetzt glaube ich natürlich genau Ach, das ist bestimmt hier Wer ist da? Amt kann Patrone Yes Ich würde ihn eigentlich gerne umballern Aber ihr habt ja gesehen, was dann passiert Da kommt unser Freund Jemand war hier Kommt er jetzt? Geht er da hin? Zack So war das gedacht Wirklich Wir müssen nur noch hoffen, dass das Alien mich nicht mehr entdeckt Ach, ich meine, da liegen zwei Leuchtfackeln Das wird ja jetzt wohl nicht hier runterkommen Oh oh Kann ich mich hier irgendwo in den Schrank nähen? Na ja, warten wir mal Aber der ist schon weggeflogen mit der Gaspulle Ja Sorry, ich würde gerne weitermachen, aber Wo ist das? Weg, oder? Oh, komm Nein Speicher Oh, verdammt nochmal Das wollte ich nochmal speichern Dann wäre der Typ weg gewesen Schon mal Schiet Na gut Na gut, jetzt weiß ich wenigstens schon mal Dass ich gar nicht da unten rein muss Weil da gibt es eigentlich nur eine Pumpgun Munition Die habe ich eh für diesen Typ verbraucht Also komme ich jetzt hier null auf null raus Oh, der geht wieder da rum Zurück Schönen guten Abend Nightlong Was muss ich machen? Stellen Sie den Strom wieder her Ja Okay Wo könnte das sein? Hier ist so ein Plan, ne? Aber ich glaube, das ist nur für die S-Bahn hier Ja, ich bin auch gespannt, ob ich es heute durchkriege Ich hoffe es ja, aber Jo, muss ich jetzt den Strom hier wieder anmachen Ich hoffe es schwer, dass du ein Mensch bist Seltsame Geräusche sind mir im Moment unbehaltlich Hm Jetzt habe ich, das ist der Typ da zwar da drüben Ja, ich gehöre auch zu Ravioli Ich war der Typ, dem der Cracky den Lüfter getauscht hat Ähm, letzten Samstag war das Warum habe ich nur zugestimmt, hierher zu kommen? Hey Oh, komm Scheiße, ich dachte, es kommt ein Ja, das ist doch bescheuert, oder? Die Stelle hier wieder Das ganze Spiel jetzt am Ende Ist nur der Rip, genau Sorry, ich muss mal kurz auf mein Smartphone gucken Die Frau hat ein paar Probleme mit dem Fernsehen unten So ganz klischeehaft Ne, Eruka Ist nur der Rip, ist ein Insider Ähm, das war der Trackmania Soundtrack Da gibt es so eine Stelle Ist nur der Rip Ist nur der Rip Verdammt normal, irgendwo hier in dem Bereich muss ich das einschalten Da oben drinnen, in diesem Kontrollraum würde ich behaupten Aber da muss ich ja erst den Strom einschalten, um da reinzukommen Hm Wups Das ist alles total beschissen Was? Pumpen wir den mal wieder weg da Ach, der linkt noch Klar doch Ne, wir sind insgesamt sieben Leute Mal, äh, mehr, mal weniger verhindert Zur Zeit Oh, da ist er Der guckt sich noch diese Leuchtfackel an Muss ich nochmal kurz warten Das ist bestimmt wieder so ein bescheuerter Schalter irgendwo Oh, da steht der Hals noch Immer noch Da ist so ein Monitor Links, ne, so ein weißer Okay Okay, wenn's weg ist, lauf ich da gleich mal hin Was soll ich machen, außer warten Lieber warten Geduld haben Ich bin total happy, dass der CPU hält Ist klar, ne Das muss jetzt sein Ich wollte grad ein bisschen was erzählen Okidoki Ist es jetzt wirklich weg? Könnten wir jetzt nochmal versuchen zu speichern Oh, das wär geil, wenn das jetzt klappen würde Hätten wir wenigstens diesen Typ schon mal weg Und könnten hier Suchen Ja, was ich sagen wollte CPU läuft jetzt Wir sind mit der Spannung nochmal ein bisschen hoch Und haben nochmal einen Kühler angebracht Der so ein bisschen unter dem CPU durchbläst Da sitzen die Spannungswandler So, jetzt sneak ich mal da an diese eine Stelle Wo ich vermute Vielleicht kann man da was machen Hier Nee Was sagt die Tür denn? Zugangscode benötigt Aha Kommen wir ja schon mal weiter Ah ja, hier Mein Lieblingsschneider wieder Kommt jetzt wieder und sticht einfach hinten auf Wobei der geht ein bisschen schneller War da was? Ich mach jetzt einfach schnell auf, verdammt Oh, geil Es gibt ein bisschen Progress, hoffentlich Ich hatte ja so Angst, dass wir da an dieser einen Stelle versauern heute Schrott, Schrott, Schrott Kann man hier irgendwas Neues bauen? So, hier kriegen wir jetzt wahrscheinlich den Zugangscode Code für Reparatur Ups Äh 1851 Sinclair here Sie haben da unten zu lange gebraucht Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen Es muss nur eine Kreatur eindringen Weil unsere Vorräte und Waffen sind funsch Ich und meine Crew werden hierbleiben, bis Rettung ankommt Es tut mir leid Aber als sie sich dazu entschlossen haben, meinem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird Haben sie den Plan ignoriert Sinclair Ende Okay 1851 war's Mal merken, jetzt stehe ich gleich da draußen vor der Tür Ähm Diese war das, ne? Geil Ja, sammle doch ein Oh Es ist so dunkel Am besten laufe ich nicht durch diese Dinge, ne? Dann geht wieder das Alarm oder sowas an Na, das ist mal ein Kontrollraum Oh, geil Noch besser Geil Es geht lang jetzt ein bisschen vorwärts Ähm, Strom einschalten Auf dem alten Amiga hier Das war's jetzt schon, oder was? Ah, es brummt noch Generator brummt Da haben wir's wieder Ah, okay, jetzt hat er Ja genau, jetzt kommen wir da oben in diesen anderen Kontrollraum Bitte warten Oh, jetzt geht hier über das Licht an Oder jetzt Jetzt sollten wir vielleicht nicht da durchlaufen Wenn wieder Strom drauf ist Wenn wieder Strom drauf ist Der hat noch ein bisschen Munition dagelassen Das ist auch gut Ich speichere Jedes Mal, wenn ich kann Egal Oh, ich speichere Wann ich kann Scheiß, wie? Scheiß, ich hab kein, äh, kein, ähm Kann man das mit Melee so? Komm, wir probieren's mal mit Melee Melee Oh, oder so Man darf nicht suchen Ich hab aus Versehen L noch dazu gedrückt Oh, hier können wir wieder ein bisschen Atari zocken Elektro-Schocker-Munizzo Auch nicht verkehrt Holzenschieße Ein Schuss Die ihnen in die Quere kommen Erschießen Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt Ich höre Regungen in dem Stockwerk unter mir Ich habe nicht viel Zeit Zinkler und seine Leute haben Sie wachsbekommen Garungsvorräte Und den Großteil der Waffen Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört Ich hatte mich gefragt Wo die Kinder hin sind Vielleicht können sie diese Monster Von ihnen fernhalten Warten wir nochmal kurz Vielleicht können wir ja gleich speichern Das ist zeitlich begrenzt, ne? Hatte der Jimbo gesagt Aber ich weiß nicht Oh, jetzt So, perfekt Müssen wir da vorne das linke Ding hier wahrscheinlich nehmen Schon da? Ne Ja Das mit der Angst ist so eine Sache Am Anfang Hat man schon Ziemlich Schiss Aber man gewöhnt sich dann dran So, wo man Hinlaufen kann Und wie man sich bewegen muss Und so, dann geht's Aber du hast schon recht Das ist aber das auch Was das Spiel ausmacht Der Eruke meinte Ja, es gibt so ein No-Alien-Mod Dann ist das Spiel halt wirklich Total Fahrt wahrscheinlich Ich meine, diese Druiden Haben auch schon genervt Aber Das Alien ist halt Unschlagbar So, weiter geht's Okay, warten wir mal erstmal Bis wir angekommen sind Gustavsson Enterprise Hm Das klingt jetzt alles hier wirklich schon so ein bisschen nach Late Game, ne So, sie müssen noch das machen und das machen und das Okay, einfach da rüber Jetzt sitzen wir gerade ein bisschen viel in S-Bahnen und Aufzügen rum Ja, manche Leute haben es vielleicht durch ausgehalten, das Spiel mit Alien durchzuspielen, weil es ist schon, manche Stellen sind schon grenzwertig Oh, zur Seite Ist der Fahrstuhl noch stecken geblieben oder was Juhu Das ist mein Das ist die Top-Grafik 2015 Also wenn ich dieses Ding sehe, dann freue ich mich Oh 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 Also ich brauche das moderne Schiff und dann hier so ein alter Lautsprecher Ähm Ich laufe in die falsche Richtung, oder? Aber ich kann ja nicht Ups, sorry Das war falsch Oh, da kommen schon wieder so brennende Androiden Ah, okay, jetzt geht's in die andere Richtung Hier liegt überall Schrott rum Revolver-Munition Munition Also wenn das mal nicht nach Late Game riecht Wo ist Ravioli? Du meinst den Cracky, ne? Der ist heute unterwegs Notfallsituation Gehen Sie zunächst in Atomio Oh, das ist krass, das ist verdammt Kann ich hier was machen? Ne, das ist nur Animation Oh damn, brennt Ich brenne, ah Ach, verdammt Ich dachte, ich hab noch ein bisschen Luft Kannst mich jetzt mal bemaschen Upsi Ich kann höchstens den Elektroschocker nehmen Für die Androiden Ach, nicht ins Feuer Jetzt kommt dieser blöde Depp da noch an Okay Jetzt bin ich am Arsch Oder? Kann ich da irgendwie... Ich schleiche vor diesem Androiden weg Und dann läuft das Alien Denn wenn ich das noch schaffe, lache ich mich kaputt Station evakuieren Dies ist keine Übung Nein, Scheiße, ich wollte das Medkit noch nehmen Schlag doch Wieso schlägst du den nicht? Ja, ich schaff das Ich hätte den nur gleich erledigen sollen Äh, außerhalb Ähm, nehmen wir mal den Elektroschocker Gleich in die Hand Der verbrennt sowieso Oder war das der? Ist doch schwierig einzuschätzen Wie weit man die kommen lassen darf Ne, siehst du? Dann drückt man dann Und dann klippt man so durch den durch Mit diesem Elektroschocker Das ist das, was ich meine Es ist mir so schwierig, das einzuschätzen Achso, okay Man kann nur einmal mit draufhauen Wenn man sich, nachdem man sich befreit hat Verdammt nochmal Wieso macht der Elektroschocker eben nix aus? Ach, Scheiße Arschgeleck, der kriegt jetzt einfach diesen Bolzenschießer in die Birne Und gut ist Kann ich da kurz So, jetzt Ich mach mal die Maus kurz steuern Ich nehm jetzt mal kurz hier die Maus zur Hand Zup Jetzt kann ich wieder mit dem Controller weiterspielen Maus für den Headshot Revolver, ne? Gut, der bringt nicht viel Hab ich noch Die Pumpe hab ich noch drei Ich hoffe, das war jetzt auch der eine Am ersten Mal hatte ich den einfach ignoriert Weil der gebrannt hat Wird wahrscheinlich der gewesen sein Ja, jetzt hat man hier dann hoffentlich In Anführungszeichen nur noch das Alien Notfallsituation, gehen Sie zum nächsten Evakuierungsnummer Aufsicht sind die Kann ich hier durch? Ja Kann man hier irgendwas machen? Schlüsselparten, wenn wir den Oh, wie liegt die da? Wie liegt die da? Wie liegt das Schrott? Okay, es ist da reingegangen Das ist schon mal gut Man muss immer aufpassen, dass da nicht noch irgendwelche Sabler raustropft Dann... Hat der ne Stationkarte dabei? Der? Ne Gehen wir mal an den Rechner hier Ja, das lief doch jetzt schon mal besser Oh Gott, wie soll man das alles lesen, wenn im Hintergrund das Alien war? Ach so, nicht nur das Ach so, nicht nur das Kann ich mich irgendwie verstecken? A... schnell! Ach, geil. So. Ich denke, was mit 1984 war da jetzt, ne? Schlüsselcode. Nee, Alien noch nicht tot. Schlüsselcode. Wo muss ich denn hin? Okay. Schlüssel mit Schlüsselcard. Ah, da drüben ist doch so ein, na, so ein Fach mit einer Codenummer. Was war das? 1984. Und hier ist die Schlüsselcard, oder? War da jetzt eine Schlüsselkarte dabei? Ich glaube nicht, oder? Hey ho, Cracky. Doch, die war dabei. Geil. Wollte ich jetzt nochmal was ändern? Nee, okay. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbital... Ja, läuft gut. Rechner stabil. Das ist das Wichtigste. Bäh. So, bitte war es mal zum Speichern jetzt hier. Danke. 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 Na, ich entscheide mich natürlich wieder für die linke Seite. Aber hier kann ich aufstreiten. Glück gehabt. Ich dachte schon, es wäre jetzt wieder die falsche Richtung gewesen. Doppelhandhebel. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtsen-Themen. Ich will speichern. Bitte, bitte, bitte. Also wenn das jetzt hier kommt, dann kannst du doch gar nichts machen, oder? Ernsthaft. Das Problem des Spiels nimmt da halt keine Rücksicht drauf, ne? Manchmal kommt es dann trotzdem... Hehehe, lustig. Ja, ich muss die Alien... Oh, geil, da sind... Das ist zum Loten. Oh. Ähm. Okay, da hinten hätte ich reingemusst. Aber da kann ich da schon rein? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ne, das war schon der richtige Weg. Es riecht immer mehr nach Late Game hier, so. Die Ruhe vor dem Sturm jetzt nochmal. Oh, ja, 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 ja. Ja! Mach, 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 mach. Yes! It's safe. Hier gibt's so viel zum Sammeln. Das ist so ein bisschen... Okay, also. Können wir da wieder raus? Oder... Okay, vielleicht sollte ich... Okay, vielleicht sollte ich... Und so ein Krempel in den Lüftungsschacht. Ähm... Flammenwerfer. Shake-Fu fürs Mega-Drive. Yeah! Das Shake-Fu, das hatte doch auch irgendeinen Fun-Fact. Aber ich weiß nicht mehr genau, was das war. Vielleicht weiß es ja jemand, der zusieht. Flammenwerfer-Öl, das ist immer gut. Okay. Generator funktionsbereit. Muss ich jetzt wieder diesem Kabel hinterher. Irgendwas? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf die Notaufsicht. Das ist absolut im Müll, ist ja. Shake-Fu war halt schon nicht so der Hit. Ha! Guck mal, Map-Terminal. Wenn es raus ist, erkenne ich es sogar. Okay, wir müssen... Da, so schräg rüber. Mein Flammenwerfer-Öl ist 1-1-2. Das ist halt auch schon... Sagt schon was aus, ne? Schlüsselkarte. Das ist die Admin-Karte, ne? Mit der geht alles hier. Ja. Oh, oh. Oh, es ist jetzt hingeflitzt. Einmal außenrum, oder was? Um mich zu holen. Ich hab mich grad so erschrocken. Irgendwas gedrückt. Oh, scheiße. Ich seh's nicht richtig. Oh, mein Schwanz. Wo muss ich denn jetzt hin? Ach, du liebe Zeit. Ich könnte nochmal versuchen, da drüben zu speichern, wenn der weg ist. Oh, wenn er weg ist. Hau ab, Mann! Piss dich, Alter! Schnell! Hallo, Menschheit! Hallo, Emre-Gamer! Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder den ganzen Weg... Ah, das ist scheiß Vieh, ist so hartnäckig. Ich weiß nicht, ob er das bemerkt hat. Na gut, ich kann eh nix machen. Trink mal was. Das für'n Ton. Oh, scheiße. Kann das jetzt, weil ich dieses Ding rausgeholt hab, ne? Naja, wir haben ja gespeichert. Oh, muss ich denn? Rein, 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 rein! Oh, shit! War das jetzt der Kling? Oh, jetzt bin ich ja wieder einen Raum zurückgegangen. Scheiße. Notfallvituation. Gehen Sie zunächst die Warnführungspunkt. Warten Sie auf Ihren Notaufsichtssyntheten. Notaufsichtssyntheten. Die greifen aber immer nur an. Ich muss jetzt einfach da hinten... Hier lang, genau. Ah, ich hänge irgendwie fest. Nicht rennen. Ah. Was ist hier eigentlich passiert? Ist auch geil. So ein richtig langer... Gang und dann einfach nur so ein Schrank. Scheiße. Siehst du? Ich wusste es. Ich wusste jetzt nicht, ob er mich gesehen hat. Weil wenn... Man muss immer als erstes schießen. Wenn man erst wartet, bis es einen quasi... ...anguckt, dann schafft man es ab so einer gewissen Distanz eh nicht mehr. Ähm... Man entweder jetzt hier irgendwann links... ...oder ganz zurück. Kann man hier reinklettern? Kann man hier. Äh... Gut. Öl ist leer. Alles oder nichts? Vielleicht ist es jetzt hier offen? Ja, geil. Oh, geil. Speichern. Lauf, 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 lauf. Station, evakuieren. Puls 800. Oh. Geil. Gespeichert. Guck mal, sieht ja aus wie so ein Arkad-Auto mal hier. So, wo muss ich lang? Jetzt konnte ich hier speichern. Wie komme ich jetzt da hinten hin? Ah, so, jetzt komme ich in den Nachbarraum. Jetzt verstehe ich. Jetzt raff ich's. Ich könnte mal ne Waffe nehmen, wo was drinne ist. Bringt's mal gegen das Alien. Was? Zum Geier, ey. Hahaha. Habt ihr das gesehen? Oh. Ey, das Vieh ist so scheiße. Hier ist noch zu. Schrott. Kommodore. Ähm. Oh, was ist denn das jetzt nochmal? Legende. Gerät, Werkzeug, Waffe. Cool, da kann ich, äh, upgraden. Das ist aber im Raum nebendran, ne? Ja, versuchen wir mal. Ey, ne, oder? Ist jetzt der Generator abgeschmiert? Oh! Scheiße. Zu viel übertaktet. Oh, wie asozial ist das denn? Kann ich denn jetzt wenigstens irgendwie da direkt rüber oder so? Oh, fuck. Oh, ja klar doch. Das Spiel ist echt so assi. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, in dem Nachbarraum. Stopp, ne, die Tür. Na, jetzt ist die Stelle schon nicht mehr ganz so krass. Aber beim ersten Mal scheißt man sich schon ganz schön in die Hose. Habe ich da Dreck auf der Linse? Ja, egal. Das ist weg jetzt, oder? Also das ist wirklich sauerse jetzt hier, dass man wieder zurück muss. Im Dunkeln. Richtig, richtig, assi. Guten Abend, Johnny Chimpo. Kommt's jetzt wieder von links da? Oh, Gott, ey. Naja. Sneaken, ne? Kann nicht eh nichts machen. Ist ja lang gegangen. Das ist der Horror. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakimierungsdrund. Umfassen Sie von... Gut, ihr seht jetzt vielleicht nicht so viel im Stream. Aber ich trau mich wirklich, ich seh auch nicht viel. Ich trau mich auch nicht, die Taschenlampe anzumachen. Oh, sieht er mich jetzt hier im Dunkeln? Ja. Das Alien ist einfach so krass. Wenn ihr schon mal Alien vs. Predator gespielt habt, dann wisst ihr, warum das mich jetzt gesehen hat. Ja, man muss wahrscheinlich dann einfach... schnell in diese Box da rein. Ach, damn. Jetzt müssen wir das alles nochmal machen. Geh nicht rum. Komm, zieh rein jetzt. Schalter ausmachen. Tschuuu. Oh. So ein Nachtsichtgerät wäre noch geil. Gibt's das? Nee, das gibt's nicht. Also ich schlafe jetzt einfach mal ganz zügig da hin. Und gehe in diese Box rein. Weil ausweichen oder so kann man hier sowieso nicht mehr. Ja, klasse. So viel dazu. Was soll ich denn jetzt machen? Ich geh nicht zurück. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Na, scheiße. Ich geh doch zurück. Ja, was soll ich denn machen? Ich spiel hier echt. Ich spiel hier echt. Ähm, so. Wir müssen wieder hier rüber. Hier kann man bestimmt rennen. Das ist eh so gescriptet. Das haut auch echt immer irgendwie anders ab, ne? Manchmal durch das Fenster. Manchmal hier. Wenn ich jetzt ausmache, dann bleibt der da hinten. Das ist auch blöd, ne? Ich muss ja da wieder... Ach, komm. Go. Ja, so ist es. Ja. War wohl nix. Oder ich warte jetzt, bis man hier wieder speichern kann, kurz. Damit wir wenigstens nicht hier, dass man diesen Scheiß-Schalter da umlegen müssen. Ja, so einen Geräuschmacher habe ich, aber... Der nervt, wenn man den die ganze Zeit in der Hand hat. Da hat man so ein Lämmchen da an. Ich warte jetzt wirklich kurz. Weil ich habe so das Gefühl, dass wir diese Stelle noch ein paar Mal spielen müssen, leider. Oder ich warte jetzt und das klappt dann gleich beim ersten Mal, aber dann haben wir ja eine Win-Win-Situation. Das ist ja das blöde Vieh, ist jetzt hier irgendwie schon. Dann haben wir umsonst hier gewartet. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihre Notaufsichtse-Tämen. Ja, ist ja klar. Wenn ich jetzt hier speichere, dann kommt der bestimmt an. Aber jetzt ist er weg. Okay, hätten wir das schon mal hinter uns gehabt. Ach ja, kommt natürlich hier rein. Ha, scheiße. Oh Mann, hau doch einfach mal ab jetzt. Du nervst. Jetzt ist er weg. Fürs Erste zumindest. Jetzt können wir mal Armee da machen. Äh. Kurz kurz guckt, aber das ist der richtige Weg. Ich könnte so ein Geräuschmacher nach hinten werfen oder so, aber ich... Jetzt ist es gerade weg, ne? Schauen wir uns nicht wieder an... Nein, es ist ein Scheißdreck, es ist weg. Jetzt wartet jetzt eh wieder da ums Eck. Jetzt geht er aber zurück. Oh, was ein Glück. Ja, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt in diese Box? Oder ziehe ich es durch? Wir ziehen es durch. Wir ziehen es durch. Ich sehe gar nichts. Ah! Oh Mann, das ist doch wieder so eine Scheißstelle. Dieser lange Gang, der ist ein bisschen blöd designt. Da hätte man wenigstens mal so eine Kiste mehr machen können. Also einen Schrank oder irgend sowas. Ja, super. Das ist ja natürlich gleich wieder hier in dem Raum. Echt mal. Jetzt ist es aber gleich weg. Oder? Wir machen das jetzt einfach mal. Jetzt kommt es bestimmt von vorne gerannt. Ich habe was gehört. Voll überrannt. Orbital-Stabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Ah, jetzt ist es bei diesem Ding, ne? Jetzt kann man durchrennen, hoffentlich. Weil da drinnen ist, dann habe ich wieder was zum Speichern gewesen. Ja, da hinten ums Eck. Da müssen wir hin. Lauf, 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 lauf. Ah, da, 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 da. Eine Molotow-Falle, ja? Da läuft er dann nicht durch, ne? Aber... Ich will jetzt einfach nur da drinnen an diesen Speicherpunkt. Weil es bleibt relativ lange an diesen Geräuschmachern stehen, ne? Oh, jetzt macht's schon wieder Düt. Ach ja, komm. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Scheiße, ich kann keinen mehr bauen. Molotow. Oh, jetzt schnell speichern, komm. Nein, mach schnell! Schneller! Ah! Warte, jetzt müssen wir wieder... ...da rein, oder? Oh, geil! Geklappt! Geht um sie nach der Evakuierung, um nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hier zu lösen, momentan... War das jetzt schon... Ja, genau. Ach ja! Steht genau vor der Tür. Ah, scheiße. Nein, auch falsch. Den. Halten zum Platzieren. Das ist dann so eine Falle, oder was? Ist die dann, äh... mit... Na, wie sagt man? Ja, so Bewegungsmelder, also wenn man... Ach, ich seh, wenn jemand das Ding in der Hand hat, das ist doch blöd, denn das nervt doch. Jetzt müssen wir den Generator... Warte, ist das der da? So, gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssyntheten. Hier hängt wieder so eine... ...der Bolzenschießer in der Luft. Button Mashed! Finden Sie einen anderen Weg. Was heißt denn einen anderen Weg? Was steht da? Wohnbereiche, ne? Da ist bestimmt so ein Lüftungsschacht oder sowas, ne? Das war ja auch das Ding, bei dem die Sicherung quasi rausgeflogen ist, um es jetzt mal so auszudrücken. Ich versuche jetzt erstmal wieder in diesen Nachbarraum zu kommen. Zum Speichern. Die Musik, die stresst einen schon ganz schön. Ich werde kein Flammenwerfer ölen. Sorry, es ist sehr, sehr dunkel, aber ich trau mich halt echt nicht, die Lampe anzumachen so oft. Speichern! Jetzt haben wir hier so eine Mine mal gelegt. Ha 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 ha! Arschvieh! Gucken, ob das was bringt. Yes, baby! Achievement Unlocked! Achievement Unlocked! So, jetzt habe ich aber nichts mehr so weit, irgendwie, ne? Oder kann ich noch so ein... Oh, nee, leider nicht. Ist der vorne jetzt? Ah ja, hopp, oder top? So steht ja ganz außenrum, ne? Oh, komm, bitte. Einfach nur... Da vorne links in dem Raum ist auch wieder was zum Speichern. Geh'n um die nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfall koordinarer Alltag wurde. Leise, 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 leise! Komm schon, komm schon, komm schon! Speichern! Speichern! Ja, Mann! Geh da rein! Da kann man nicht rein! Ja, Mann! Wo ist er? Geräuschmacher können wir auch nicht bauen. Und Blendgranate, ich glaube, das bringt bei dem Alien jetzt, oder? Terrormusik. Ja. Gehen Sie zunächst in die Evakuierungssund. Ich bin schon geduckt, ne? Viel tiefer geht nicht. Nee. Und wenn man so ranläuft? Nee, auch nicht. Wenn's mich jetzt sieht, dann hab ich die Arschkarte, weil... Ich kann mich nicht mehr ducken, als... Geh da rein! Geh da rein! Jetzt geht's ab hier! Progress! Ich liebe Progress! Äh... Jetzt gehen wir jetzt einfach direkt da durch. Da da? Oh, mehr Durchsagen auf einmal, bitte. Wir können an der Schlepperplattform unter Ihrem Raumfahrt-Terminal anzudocken. Wir können Überlebende aufgeben. Oh, was ein Stress. Was ein Stress. Fünf vor zehn, da geht noch was. Wir müssen's... Wir müssen's schaffen heute. Oder ich muss's schaffen. Dann hätt ich's in fünf Parts durchgespielt. So... Zwei bis drei Stunden immer, oder so. Das wär schon... Cool geworden. Aber... Geil! Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Dies ist keine Übung. Okay. Ich geh schon durch. Oh, oh. Ihr rumpelt schon ganz schön. Große Halle, ne? Das sieht man selten. Ach, das ist die Halle vom Anfang, ne? Ja, die Kiste rennt jetzt. Bisschen mehr Spannung drauf. Dann geht's ab. So. Renn, 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 renn. Das geht schon schön flott. Vergleich zu diesen großen Notausgang-Dingen da. Ja, man, renn! Oh, jetzt geht's vorwärts hier. Geil, das gefällt mir. Achievement Undocked. Ja, Streetfighter 5. Streetfighter ist so ein bisschen... Moin, Waldimat. Streetfighter ist so ein bisschen... Ja, abgeflacht. Jetzt zocken wir mal hier weiter, mal. Boah, geil. Hey, jetzt geht's richtig ab hier. Das sind immer die kleinen Belohnungen... ...schwierigen Stellen da vorher. Brauche ich jetzt so ein Ding, oder? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Verlaine, können Sie mich hören? Sind Sie nah genug für Funkkontakt? Ripley, Gott sei Dank. Ich kann Sie hören. Sie müssen die Betraulik und das Landesteam bereit machen, damit wir antworten können. Aber der steht doch jetzt eh auf, oder? 100 minima. O Hab ich jetzt was übersehen? Nee, ist nix, oder? Okay, doch, okay. Wir müssen da hoch wieder. Ich weiß nicht, ich renne jetzt hier einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich hier rennen darf. Shit, 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 shit. So viel zum Thema Rennen. Ist das jetzt irgendwo reingegangen? Oh, was denn? Dieses Geräusch vom Lüftungsschacht. Ach du Scheiße. Ich brauch mal kurze Pause. Chat-Pause. Genau, zwei, drei Stunden neue Tomb Raider. Ja, der Bersi hat es ja schon durchgeraided quasi. Okay, ich muss da links. Einmal nach rechts. Das sind bestimmt diese Dinge hier, ne? Na, das ist doch da irgendwie noch nicht an. Oder? Gehen die grünen Punkte erst beide weg, wenn man das... Ich glaube, das war das noch gar nicht. Okay, mal auf die andere Seite. Das Bild ist mir so schief. Okay. Ich muss nochmal anscheinend da rüber. Oh, oh, oh. Ah, hier. Da bin ich, glaube ich, eben auch einfach vorbeigelaufen. Bin in den Lüftungsschacht gesprungen, weil das Elding gerade kam. Zack. So, jetzt ist der eine Punkt bestimmt weg. Gut, dann können wir jetzt auf die andere Seite rüber. Kann man da unten drunter durch? Oder? Oh, was war das? Oh. 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 Oh, geil, ich hab wieder ein bisschen von diesem Öl. Nicht viel, aber... Ah. Oh. Ding. Dong. Die Ex ist tot. Alle Einflusssysteme bereit. Bereit zu initialisieren. Perfekt Ripley. Fahrrad. Sie gänzen die Andockpläne am Terminal aus. Am Terminal. Okay, wo ist das Terminal? Okay, wir müssen jetzt... ...da runter. Da wurden ja die tollen Geräusche herkamen. Das läuft doch hier irgendwo rum, oder? Ja. Na, wo muss ich denn hin? Ah, noch weiter außen rum. Ah, hier. Ah, das Ding, wo wir am Anfang waren, ne? Was noch nichts gemacht hat. Äh, müssen wir wahrscheinlich hier irgendwo was zugehören. Ich geh jetzt erstmal hier rein und achme durch und dann guck ich mal, wo ich als nächstes hin muss. Also ganz, äh, in die Richtung, oder? Ne. Klar. Ne, das war sogar nicht schlecht, dass ich da reingegangen bin. Das Bild ist immer so schief, aber nur wenn man in den Luftengeschacht ist, ne? Ah, okay, jetzt muss ich an dieses Ding wahrscheinlich wieder hier. Ne. What? Ah, also draußen. Shit, ich will nicht raus. Hier war so eine Klappe, oder? Jawohl. Jawohl, ja. Ich glaube, das ist heiß, wenn man hier langläuft. Das sieht cool aus. Das Personalgruppe und das Team UL aufgrund der Steglegung entfernt. Bitte wenden Sie sich an Siegson Ingenieur zur Unterstützung. Uh oh. Da liegt... Da liegt... Da ist es, wenn man hier nicht mehr so schnell gehen kann. Kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Replace. Das Personalgruppe und das System wurde aufgrund der Steglegung macht nach. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen ruhig um das Elding geworden. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen ruhig um das Elding geworden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Das kann man nicht speichern. Naja, egal. Muss ich jetzt wieder zurück? Ja, scheinbar. Ey, ich guck gerade so in den Chat. Ja, Abendleute. Wollen kurz vorbeischauen. Da steht das Vieh vor mir. Ich darf ihn einfach hinterher. What the fuck? Noch eine. Ah, Mann, ey. Jetzt geht das schon wieder los. Schulle, Bruder. Kriegen die mich jetzt hier drinnen? Ich mache jetzt mal eine kurze Pause. Ich muss mal auf Toilette. Ich bin sofort wieder... Pause. Bis gleich. Ich bin sofort wieder... Ich bin sofort wieder... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Da bin ich auch schon wieder So, gucken ob die uns jetzt hier Entdecken Scheinbar nicht Mal raus wieder Flammenwerfer ist natürlich jetzt leer Geräusche mache Oh, warte LB zum Wenn ich raus tappe, dann Ne, keine Rauchgranate Den Geräuschmacher wollen wir bauen Die Matkit können wir auch bauen Ist auch gut Wo sind die jetzt? Vielleicht muss doch runter Aber das geht bestimmt nicht, oder? Ne Oder vielleicht bin ich hier sicher Vor den Aliens Ich weiß nicht Trauen die sich hier hin Mit dem ganzen Feuer? Das ist vielleicht eine Aber bestimmt nicht Da haben die Mapdesigner bestimmt nicht dran gedacht Tja Jetzt machen die da die Party Dass sie nicht warten Wenn man in Feuernähe bleiben Vielleicht Oh oh Wir müssen jetzt Zu der Luftschleuse Ja Das wird jetzt bestimmt Nochmal so Letzte Level Style Nochmal Final entkommen Irgendwie Okay Okay Irgendwie jetzt davon Hier links Ähm Ist es wieder irgendwie links? Geht die auch? Okay Okay Die gehen alle auf Das ist schon mal cool Dann kann man nämlich In die andere Richtung Vielleicht so einen Geräuschmacher werfen Und dann go, oder? Rush B Außer die kommt natürlich jetzt hier rein Wenn es beim Plan Dahin Da ist doch gegenüber eine Tür Hier Hier Komm jetzt go, oder? Alles oder nichts Geh raus Ah, ich drehe mich gar nicht um 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 Ich drehe mich nicht um Ich drehe mich nicht um Ich gehe in die Schleuse Ich speichere das Spiel Jaaa! Jaaa! Günd mich mal! Günd mich mal! Ab in die Schleuse! Yes! Nein, ich dreh mich nicht um. Müsst ihr selber spielen, wenn ihr da hingucken wollt! Oh oh! Ach, komm! Das ist schon ein armes Ding! Jaaa! Hallo Tony-san! Oh! Shit! Scheiße, ja? Sag ich auch! Ach du verdammte Kacke, echt! Was liegt denn jetzt hier alles? Hab ich jetzt meine Sachen noch alle? Ja, natürlich, gut! Okidoki! Ach komm! Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, hier rum zu ballern, aber... Ist halt auch nicht so schlau... Geil! Öl! Auch nicht so schlau... Äh, die jetzt einfach nicht zu töten, oder? Mehr Öl! Mehr Öl! Das ist gut! Geh durch! Naja, hier lang, oder? Ja, mehr Öl! 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 Ach klar, das war ein Leuchtfackel sogar nur! Ah, scheiße! Ich dachte, das kommt vielleicht von hinten! Ich hab's gehört! Ähm... Ja... Holen wir uns mal gleich wieder... die Pulle Öl da vorne... Klink macht das immer! So, jetzt wissen wir ja, das war eine Leuchtfackel, kein Öl! Schade! Oh, das sind zwei! Ich glaub, naja... Du schreibst es gerade! Aber jetzt mein Öl ist schon leer! Goddammit! Goddammit! Ich glaub, ja... Schnell! Wart nach! Vorne oder hinten? Ah... Ich schon... Guck mal, 50 schon... Noch 15 übrig! Das ist halt... Man hat dann so Angst und drückt voll durch! Vielleicht kann man's besser triggern, aber... Dieses Gerät funktioniert hier auch überhaupt nicht! Ich muss... Wahrscheinlich linksrum eher, ne? Aber rechts ist bestimmt leider scheiß! Oder... Da ist gar nix und das war jetzt alles umsonst! Okay, ich glaub, das war echt umsonst! Oder? Hier könnte ja wenigstens mal irgendwas sein! So ein bisschen Öl für den Flammenwerfer oder so! Oh no! Alles kaputt! Das ist jetzt noch! Kann man zum Eißen schenken?! Dann... ... Pfff... So ein... ...viel kürzer kann man da kaum draufdrücken! Und... ...für 1 reicht's noch! Wobei, wenn die jetzt so von vorne gelaufen kommen, dann geht da vielleicht sogar was mit der Shotgun. Aber da... Ne, das ist keins zum Sammeln. Revolvermunition, na prima. Und jetzt? Oh, der Schwanz. Ich hab immer Angst vor diesem Ding, ey. Ich kann nicht nach hinten. Das geht nicht. Boah, shit, ey. Aber ich glaub, das ist jetzt hier auch so ein bisschen Kino, ne? Ich kann auch nicht wirklich viel machen. Und diesen langen Gang hier langlaufen. Aber läuft flüssig, oder? Alles soweit in Ordnung. Das Feuer sieht schon cool aus. Also, Hut ab. Was die alte Mühle hier noch runterreißt. Ich bin ja schon... Oh, oh, oh. Aua. Das war der schnellste Weg nach unten. Hauptsache, der Medilator läuft noch. Oh, da ist doch bestimmt irgendwas drin. Taschenlampenbatterien. Die brauch ich. Neuer Follower! Wo sind wir denn hier? Dinkelberg. Überall blinkt's auf. Etanol, mu? Ach, da geht's runter. Alles supergut. Top. Alles top. Gerne wieder. Top eBay. Pumpgun-Patron. Ah, da gehen nur vier rein. Ah, okay. Flammenwerferöl. Leuchtfackel. Irgendwie viele Leuchtfackeln hier, ne? Das hat was zu bedeuten. Map-Terminal geht auch nicht mehr. Boah, das war der Pain-Train. Ne, was heißt denn durchschaffen? Da rüber, oder? Okidoki. Also, diesen Gang runter. Wow! Wow! Ich bin da ja, du machst dich vom Wein. Zu knapp. Zu knapp. Hier kommt doch jetzt bestimmt auch wieder was, oder? Renn mal lieber ein Stück. Kommt da jetzt noch eine? Ja, ein geskripteter kommt noch. Ich wollte gerade testen, ob man irgendwie beim Klettern so hoch runter so abbrechen kann, weil das ja auch so ein bisschen animiert ist. Und tschack, hat sich die Frage in der Luft aufgelöst. So, jetzt da rüber, ne? In dieses Office. Da ist nichts. Wieder Leuchtfackel, ne? Okay. Oh, der speichert! Das ist ja der Hammer. Gehen wir mal hier weiter, oder? Okay, wir müssen durch den Schacht. Kommt da jetzt welche, oder nicht? Oh, verdammte Scheiße! Aber das war ja ein bisschen blöd. Man hört es so schlecht. Man hört es mal dieses Geräusch, dass die kommen. Aber der hat ja jetzt gespeichert, ne? Eins der wenigen Autosaves wahrscheinlich. Die wussten wahrscheinlich warum. Na, jetzt können die ja nur von da kommen, oder? Da ist ja noch welche. Können wir durch? Jetzt ist es tot. Ich lass, ich muss die Taschenappe mal anmachen, sonst nehm ich die so schlecht. Na ja, wahrscheinlich? Betten! Oh, nee, runter. Autsch. Medi-Cat. Ah, die Pumpe! Verdammte Scheiße. Ja, dieses blöde Waffenauswahlmenü, das ist mit dem Analogstick so ein bisschen kraggelig. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie die Möglichkeit gibt. Man hätte vielleicht so eine... Irgendwie sowas wie... Ah! Ich nehme alles zurück. Man kann mit dem Steuern, mit dem Digipad-Revolver, Elektroschocker, Bolzen... Aber wie lege ich das fest? Welche viel er da reinnimmt? Naja, egal. Ich hab's verkackt. Punkt aus, was da. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Da waren noch welche, oder? Sind die jetzt alle schon da reingelaufen? Ja, das Geräusch kommt von da vorne. Das ist aber wirklich schwierig zu hören, aus welcher Richtung die kommen. Bisschen Quicktime, muss auch mal wieder sein. Ja, die fällt ein bisschen oft auf die Fresse gerade, ne? Boom! Ich glaube, ich bleib jetzt erst mal bei der Shotgun. Und da ist einer rauskommt gleich. Raleigh! 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 Sind Sie hier? Bitte antworten Sie! Raleigh! Ich dachte, ich hätte Sie verloren. Raleigh! Ich dachte, ich hätte Sie verloren. Raleigh! Raleigh! Beziehungskraften haben die Bühne verzogen. Und wir kommen nicht von der Station los. Was kann ich tun? Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evapuieren Sie zur Warnungsbühne. Es befinden sich exklusive Bolzen auf der Notentriegelung. Beeilung! Wir machen das Wohlfeld schnell! Ich werde Sie gleich enttäuschen! Ich bin tot! Wegen was bin ich jetzt gestorben? Also bei mir war das auch so verschwommen. Das Bild. Ach, leck mich doch am Arsch! Jetzt muss ich hier wieder durch. Wir gehen wieder hier rum. Zack, zack, zack! Hab ich noch Öl? Noch sieben. Reicht das für einen? Ich weiß es nicht. Man muss sich einfach beeilen. Dann kommt man hier rum. Jetzt fällt die Schaden das bevielte Mal jetzt schon hier runter. Ja, scheiße. Jetzt hab ich den Warnler von sieben noch ausgewählt, ne? Mal schnell die Shotgun wechseln, wenn der eine da jetzt wieder kommt. Bunu noch nicht offen. Hä? Ja, ich bin ehrlich zu. Deswegen kommen Sie da, wem es doch nicht. Ja, ich bin noch. Das will ich aber hier noch nicht machen. Und wir kommen nicht von der Station los. Ähm. Verschwinden Sie durch die Luftschleuse und evakuieren Sie zur Warnungsbühne. Es befinden sich explosive Bolzen auf der Notentriegelung. Beeilung, ne Waffe wohlfällt schnell. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Boah, man sieht gar nichts mit diesem Ding mehr. Entriegeln Sie die... Okay, wir gucken mal ganz in Ruhe. Ähm. Okay, was soll ich tun? Oh, falsch. Ist das jetzt auf einem anderen Stockwerk oder ist das einfach nur noch nicht ausgezeichnet? Ziel aktualisiert. Ja, toll, da vorne, da kriegt man schon, äh, Hitpoints abgezogen. Ja, schon wieder? Ja, verdammt nochmal, wo soll ich denn lang? Geh ich wieder rein? Ne. Das ist ja wieder eine Arschlochstelle, oder? Leck mich im Morsch. Und jedes Mal fällt mir wieder diesen blöden... ...Dingsbums runter, ne? Da hätte man doch mal diesen Autosave ein bisschen anders setzen können. So wie hier jetzt zum Beispiel. Wieso war der vorhin nicht? Kannst ich jetzt hier irgendwas drücken, oder? Also das ist doch irgendwie ein bisschen für den Arsch, oder? Ich renne einfach mal durch. Also das ist bei mir auch so verschwommen. Nicht Wunder in dem Stream. Das ist wahrscheinlich halt... ...Effekt. Jetzt sieht sie wieder klar, ne? Und sie spiegelt sich immer noch nicht in diesem Ding. Vergeisterung, ey. Feier, ich dachte jetzt schon... ...wir müssen das Feuer löschen. Fireman, quasi. Okay, jetzt zieht es ab. Jetzt haben wir nochmal hier so ein bisschen was... ...für die... Oh. Ein bisschen was fürs Auge. Das Auge spielt mit. Du Scheiße. Das wäre irgendwie auch schon ein bisschen schief, oder? Autosave. Jetzt gibt es auf einmal ständig Autosave. Guck, der ist scheiße hier draußen. Ja, wer die ersten vier Parts verpasst hat... ...man kann in diesem Anzug nicht rennen. Man kann nur... ...laufen, gehen. Jetzt geht's ab, oder? Ja, das ist doch nicht so schnell. Ich dachte, das rast jetzt noch voll runter. Ja, und es trifft bestimmt noch so ein Ding gleich hier. Ne, doch nicht. ...klettern. Manchmal überlege ich mir, wie das Spiel geworden wäre, wenn man springen könnte. Wenigstens... ...so ein bisschen. Auch wieder so schief. CPU brennt, aber läuft. Stabil. Ich bin hier, Berlin. Was heißt brennt, aber kämpft. ...so ist Sperrung der Manuel in Triegelung. Ich kann Sie sehen. Bereiten Sie die Ausklinkung vor. Ach, hier auf der Unterseite. Das ist ein Riesending. Ja, halten. LS runter. Mach' ich doch. Weißt du nicht. Ausgeklinkt. Oh, ja. Ist sie noch da? Ich kann mir die Luftgeweite abrufen, ey. Hahaha. Die zwei Stück. Ja, und? Was soll ich denn jetzt machen? Wer sitzt da oben? Einfach weiter, oder? Kann ja mal rückwärts laufen. Die läuft ja eh nicht schneller. Ja. Die läuft ja eh nicht schneller. Muss ich denn jetzt wieder zurück? Oh shit, ich hab was vergessen. Die Elchens haben mich ein bisschen nervös gemacht. Verdammt, jetzt muss ich dir diese Treppe da hoch. Ja, aber das ist doch jetzt hier kein Spaß. Ich meine, das ganze Spiel lang renne ich vor diesen Füchern weg und jetzt soll ich einfach hier so vorbei und irgendeinen Knopf drücken, oder was. Voll die Anleitung. Kann man auch ganz in Ruhe so eine Anleitung lesen, wenn da oben so zwei Aliens sitzen. Vor allem, das geht auch richtig schnell im Notfall. Also es ist doch gerade jetzt echt ein bisschen merkwürdig, oder mit diesen Aliens? Ah, das ist schon noch festgekettet. Oh oh. Oh, die Mä. Oh, die Mä. Boom. Kaputt. War das das Ende? Ich weiß es nicht. Nee. Rolaine, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Also das, ich weiß, ich sitze davor, aber das Achievement hieß, äh, Ende der Jagd. Also frei übersetzt. Äh, auf der Brücke? Hier lang, oder was? Mal erst mal umziehen, ne? Wo geht das jetzt? Geht, geht gar nicht, oder wie? Ich hab auch kein, äh, Handscanner, hast du, ne? Oh, das ist riesig. Okay, einfach nur geradeaus jetzt. Oh, oh Gott. Quicktime Events. Runter. Runter. Links. Echt? Echt? Mutsli! Replay signing off. Jetzt haben wir's durchgespielt, oder? Durchgewürgt. It's over! Ich kann's nicht fassen. Durchgezockt. Ach geil. Ich muss mich mal kurz... Jetzt legt man sich so zurück. Kommt dann doch noch was. Ja, der Jimbo schreibt auch over, over. Ja, ziemlich abruptes Ende, ne? Also... Ja gut, das Spiel war halt nie so drauf ausgelegt, dass man da jetzt so einen krassen Endfight hätte erwarten können. Also das hab ich mir auch nicht gedacht, dass man da jetzt am Ende irgendwie so mit einem riesengroßen MG dann doch auf die schießen kann oder so. Das war mir schon klar. Aber... Ja, danke fürs Streamen. Und... Bevor wir jetzt alle abhauen... Bevor wir jetzt alle abhauen... Ich hab noch einen kleinen Teaser vorbereitet. Den hau ich jetzt gleich rein. Danke fürs Zusehen. Hab richtig Bock gemacht, mit euch zusammen das zu zocken. Und... Es geht weiter. Die schmerzen du die Charm karış Fifteen Sie sind nicht leer drauf. wenn ich bei dir eine Ahnung nicht werde, Ich mach mich nicht. Ich mach mich. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017